Die Rassen Terras waren ein lebendig gewordener Traum, ein Traum der Götter. Doch dieser Traum wurde zum Albtraum. Denn das Böse ist erwacht, und die Götter haben Terras verlassen. Die Zeit ist gekommen, zusammenzustehen. Unsere Kraft zu beweisen und das Schicksal herauszubauen. Was ist es? Was ist er? Was ist er? Was ist er? Was ist er? WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR